Liebe Zuschauer, wir kommen zum Schluss, wir kommen zum Final und sind wahrscheinlich ein bisschen spät und trotzdem ziehen wir uns jetzt voll durch. Wir haben es vergnügen, dass der Schlussgast eigentlich sogar deutscher Abstammung ist. Und zwar ist ihr Grossvater dort einmal in den 20er Jahren ausgewandert als Konzertgiger nach Amerika. Und er hat sich ganz sicher nie träumen lassen, dass er einmal ein Grosskind hat, das eine grossartige Star wird in New York. Sie ist zum ersten Mal am Schweizer Fernsehen. Wir freuen uns, Helen Schneider. Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017